Da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Leute, schön, dass ihr heute nochmal mit dabei seid. Wie jedes Jahr am 24. machen wir natürlich wieder ein ordentliches Giveaway. Nach diesem Jahr habe ich mir gedacht, muss das auch wirklich ein richtig schönes Giveaway werden. Schauen wir uns natürlich gleich noch alles an. Kurz vorweg wie immer noch ein ganz kurzes, aber besonders großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Vielen, vielen Dank für die bereitgestellten Produkte. Ohne euch wäre das natürlich hier für die Community gar nicht möglich gewesen. Falls ihr euch nochmal hier im Shop umschauen möchtet, alle Infos sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Auch die ganzen Giveaways. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns auch mal wirklich an, was wir hier alles vorbereitet haben. Viel Spaß! Zeit für ein paar Geschenke, würde ich sagen. Leute, ich freue mich schon die ganze Zeit, euch das vorstellen zu können. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Also es gibt insgesamt für fünf Leute was zu gewinnen. Und das Ganze ist auf drei Giveaways insgesamt aufgeteilt. Findet ihr alle in der Videobeschreibung. Und falls euch alle Pakete gefallen sollten, nehmt ruhig an allen drei Giveaways teil. Dreifache Chance für alle. Also wirklich gar kein Problem. Und jetzt schauen wir uns das noch kurz an. Wie gesagt, ich habe ordentlich was vorbereitet. Das erste kennt ihr vielleicht vom Nikolaus schon. Feedback aus der Community war halt richtig, richtig gut. Double Masters VIP Edition, dachte ich mir, können wir heute auch nochmal nehmen. Aber es ist ja auch der 24. Also Double Masters, doppeltes Paket. Schon mal für zwei Personen, dachte ich mir. Aber es war wirklich ein hartes Jahr. Leute, machen wir noch ein drittes dazu. Also dreimal ein Double Masters VIP Paket für die ersten drei Personen. Das ist quasi das erste Giveaway. Das meinte ich eben, es lohnt sich auf jeden Fall. Also hier, dreimal Double Masters. Kommen wir zu Paket Nummer zwei. Das Ganze habe ich mal ein Commander Jumpstart Paket genannt. Werdet ihr gleich sehen, warum. Wir haben hier schön das Zorn des Landes Commander Starter Deck. Passend dazu, muss natürlich sein, braucht man hier noch ein paar Hüllen. Damit man das Deck auch wirklich gut schützen kann. Aber warum Jumpstart? Ich dachte mir, um das Deck direkt ein bisschen zu verbessern. Vielleicht wollt ihr auch noch eine Runde Jumpstart spielen. Habe ich hier vier Jumpstart Booster. Lege ich euch noch oben drauf. Wirklich Commander Jumpstart. Und weil es eben Commander ist, haben wir hier nochmal vier Commander Legenden Draft Booster. Halt auch richtig gut, wie ich finde. Habt ihr schön, acht Booster plus Hüllen plus das Commander Set. Das Commander Jumpstart Paket. Das ist dann hier unser zweites Paket. Eben nach den VIP Boostern. Und das allerletzte Paket hat mir auch super gut gefallen. Ich habe ja hier im Adventskalender verschiedene Booster geöffnet. Ich fand das einfach super cool. Euch hat das scheinbar auch gefallen. Deswegen habe ich euch nochmal ein kleines Unboxing Spezial zusammengestellt. Paket Nummer drei besteht aus Teros Collector Booster. Ikoria Collector Booster. Commander Legenden Collector Booster natürlich. Einmal Double Masters. Einmal Ultimate Masters. Natürlich nochmal Jumpstart. Fand ich auch cool. Darf hier nicht fehlen. Ein schönes Mystery Booster. Einmal Eiszeit. Ein ganz altes Booster. Und nochmal Prophezeiung. Auch auf Deutsch. Noch ein altes Booster. Also Paket drei. Das Unboxing Spezial. Dann könnt ihr auch wirklich einmal wild alles aufmachen. Fand ich halt super super cool. Und ja, das sind hier die drei großen Giveaways. Sind ja quasi fünf dreifach VIP Edition. Ich habe mir gedacht, da habt ihr auf jeden Fall was. Leute, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für das Giveaway. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich ein paar schöne freie Tage. Schöne Feiertage. Dann natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt auf jeden Fall die freien Tage. Leute, das war es erstmal von mir für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bis dann. Ciao. Ciao.